Auf diesen Bericht haben viele US-Amerikaner Monate gewartet. Am Donnerstag hat der US-Justizminister William Barr den Bericht von Sonderermittler Robert Mueller in Gänze veröffentlicht. Mueller war fast zwei Jahre lang unter anderem Vorwürfen nachgegangen, ob es geheime Absprachen zwischen Russland und dem Wahlkampfteam des späteren Wahlsiegers Donald Trump gegeben hat. Allerdings handelt es sich um eine redigierte Fassung. Einzelne Passagen des fast 400-seitigen Berichts sind geschwärzt. Nach Darstellung Bars ist dies nötig, da der Bericht sensible Informationen enthalte. Kurz vor der Veröffentlichung des Berichts hat Barr Präsident Trump erneut gegen die Vorwürfe im Zusammenhang mit Russlands Rolle bei der Wahl 2016 verteidigt. Der Sonderberater fand keine Beweise dafür, dass jemand aus Trumps Wahlkampfteam sich mit Vertretern russischer Behörden oder Trollfabriken abgesprochen hat. Barr bekräftigte damit die Schlussfolgerungen, die er bereits im März gezogen hatte, nachdem Mueller ihm den Bericht übergeben hatte. Trump sah sich durch den Bericht vollständig entlastet.